Kommunikation in der Körperpflege Möchten Sie sich heute duschen oder nur waschen? Möchten Sie sich heute duschen oder nur waschen? Wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? Ist die Wassertemperatur angenehm? Soll ich Ihre Haare waschen? Benötigen Sie Unterstützung beim Rasieren? Benötigen Sie Unterstützung beim Rasieren? Können Sie sich selbst abtrocknen? Können Sie sich selbst abtrocknen? Möchten Sie eine andere Seife verwenden? Möchten Sie eine andere Seife verwenden? Können Sie sich bitte nach vorne beugen? Können Sie sich bitte nach vorne beugen? Können Sie sich bitte auf die linke Seite drehen? Können Sie sich bitte auf die linke Seite drehen? cobsten Sie sich bitte auf die linke Seite drehen? Aber wie kann ich Ihnen am besten helfen? Darf ich Ihnen beim Zähnepitzen helfen? Sind Sie mit der Körperpflege fertig? Möchten Sie ein Parfüm oder Dio benutzen? Fühlen Sie sich wohl? Fühlen Sie sich wohl? Möchten Sie sich hinsetzen, während wir die Pflege machen? Gibt es bestimmte Produkte, die Sie bevorzugen? Haben Sie Schmerzen irgendwo? Haben Sie Schmerzen irgendwo? Soll ich die Fenster öffnen, um frische Luft hereinzulassen? Soll ich die Fenster öffnen, um frische Luft hereinzulassen? Wie oft möchten Sie geduscht werden? Möchten Sie Ihre Nägel geschnitten haben? Darf ich Ihre Haut eincremen? Darf ich Ihre Haut eincremen? Gibt es einen bestimmten Bereich, den Sie selbst waschen möchten? Möchten Sie eine Massage bekommen? Möchten Sie eine Massage bekommen? Wie warm möchten Sie das Wasser haben? Darf ich Ihnen die Haare kämmen? Darf ich Ihnen die Haare kämmen? Möchten Sie das Fenster schließen? Möchten Sie das Fenster schließen? Fühlen Sie sich nach der Pflege erfrischt? Fühlen Sie sich nach der Pflege erfrischt? Brauchen Sie Hilfe beim Waschen Ihres Rückens? Brauchen Sie Hilfe beim Waschen Ihres Rückens? Gibt es etwas, das Sie anders machen möchten? Gibt es etwas, das Sie anders machen möchten? Möchten Sie Ihre Zähne vor oder nach dem Waschen putzen? Möchten Sie Ihre Zähne vor oder nach dem Waschen putzen? Ist die Beleuchtung angenehm für Sie? Ist die Beleuchtung angenehm für Sie? Möchten Sie eine Decke, während wir die Pflege machen? Ist es in Ordnung, wenn ich dir bei der Intimpflege helfe? Soll ich den Föhn für Ihre Haare verwenden? Soll ich den Föhn für Ihre Haare verwenden? Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie aufstehen? Wenn Sie aufstehen, werden Sie aufstehen! Soll ichfühlen Sie aufstehen! Soll ich den Föhn für Sie! Soll ich den Föhn für Ihre Haare verwenden? In der Föhn für die Haare verwenden? Ich schätze aufsteht und den Föhn für unsere Haare verwenden? Also, wenn Sie Ihre Haare verwenden sind,